Stellen Sie sich vor, Sie parken Ihr Auto auf der Straße oder in Ihrer Einfahrt. Hacker können die Funksignale von neuartigen Schlüsseln wie diesen hier einfach stehlen, Ihr Auto öffnen, den Motor starten und davon fahren. Beunruhigend, nicht wahr? Aber mit unserer Funkschlüsselabschirmtasche gehören diese Sorgen der Vergangenheit an. Untertitelung des ZDF, 2020